Dank neuer zusätzlicher Einnahmen, davon 50 Millionen Euro an Rückerstattung seitens des Staates betreffend die vor enthaltenen Anteile an Steuern im Bereich des Glücksspiels und 113 Millionen für die Mindereinnahmen aus der IRPF-Reform, hat die Landesregierung Änderungen zum Haushaltsvorenschlag eingebracht, die der Landtag in der Plenarsitzung vom März debattiert hat. Die Gelder werden für die Kollektivvertragsverhandlungen der Lehrer von Schulen staatlicher Art, die Aufnahme von Personal außerhalb des Stellenplans zur Umsetzung des PNRR, die Deckung der steigenden Energiekosten, das ländliche Wegenetz, die Breitbandstrategie der Olympia-Beteiligung, das Gesundheits- und das Sozialwesen ausgegeben. Die Opposition hat die Änderungen als zu kurzfristig kritisiert, Landeshauptmann Kompatscher hat dies aber mit den neuesten positiven Ergebnissen der Verhandlungen mit Rom gerechtfertigt. Weitere Kritikpunkte betrafen die Einstellungen ohne Zweisprachigkeitsnachweis, die 150 Millionen Kapitalerhöhung für Infranet, die Ausgaben für Olympia in Antholz, nachdem behauptet wurde, dass alles schon bereit sei, und die geringen Lohnerhöhungen für die Lehrer. Der Gesetzentwurf wurde mit 16 Ja, 5, 9 und 8 Enthaltungen genehmigt. Zu Beginn der Sitzung, bei der der Landtag mit einer Schweigeminute der Opfer des Krieges in der Ukraine gedachte, hat die Landesregierung die Entwicklung der Corona-Pandemie aufgezeigt und informiert, dass auf Staatsebene weitere Lockerungen aufgrund der verbesserten Lage vorgesehen sind. Es wurde auch auf die Ankunft von Flüchtlingen aus den Kriegsgebieten hingewiesen und mitgeteilt, dass schon 200 Personen im Land seien und man eine Taskforce für die Unterbringung und die notwendigen Covid-Maßnahmen eingerichtet habe. Abgelehnt wurde ein Antrag von Fratelli d'Italia, der die Landesregierung verpflichten sollte, sich gegen die Einführung jeglicher öffentlicher Finanzierung von politischen Parteien auszusprechen. Teile der Opposition waren für den Antrag, es handele sich aber um eine Kompetenz des Staates, andere waren wie die Mehrheit dagegen und machten auf die besondere Situation der Minderheiten aufmerksam. Der Antrag vom Team K zur Einrichtung einer unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung von sexualisierter Gewalt an Minderjährigen in kirchlichen Institutionen und in öffentlichen Einrichtungen wurde ausgesetzt, nachdem sich die Landesregierung zu einer Zusammenarbeit bereit erklärt hatte. Angenommen wurden die Anträge von Freiheitlichen und SVP-Zurückvergütung bei psychologischer Betreuung, von den Grünen zur Förderung der öffentlichen Darstellung von Frauen durch die Benennung von Straßen und einer Erhebung der vorhandenen Denkmäler. Von der Fünf-Sterne-Bewegung zur Prüfung einer weiteren Unterstützung kleiner Medieneinrichtungen und das Verhältnis zwischen frei zugänglichen und bezahlten Inhalten zu untersuchen. Angenommen wurden auch zwei Anträge der SVP zur besseren Vereinbarung von Familie und Beruf und eine Aufforderung an Zentralregierung und Parlament zur Anerkennung der Erziehungs- und Pflegezeiten bei der anstehenden Rentenreform.